Dank eines Musikerkollegen und einer Freundin, mit denen ich zwischenzeitlich, also im Verlauf der letzten Jahre, die Flow Drums tauschen konnte, war es mir möglich, sechs verschiedene Modelle sehr intensiv kennenzulernen. Und in den ersten Beiträgen dieser Reihe hier auf YouTube werden sechs Modelle der Perseus vorgestellt. Und zwar die Modelle Eterna, Elysia, Luminaut, Polaris, Symmetria, dieses Modell, und Tropical. Lerne also hier in dieser Reihe die klanglichen Eigenschaften und die Charaktere von sechs Modellen kennen. Lerne also hier in diesem folgenden Film den Charakter der Polaris ein bisschen kennen, die im Gewand einer Symmetria daherkommt. Nochmal bitte zurück. Symmetria. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Abonniere gerne schon mal den YouTube-Kanal Kontaktiere mich, wenn du magst, auch über meine Webseite Auch den Kontakt findest du in der Beschreibung Ciao Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020